Liebe Freunde, was hat Bruno Gröning immer gesagt, die Natur, das ist Gott. Und ich bin jetzt da vor meiner Haustür bei Wandern. Ich gebe euch nur den einen Tipp, geht's raus. Die Luft ist so gut, da kann man durchatmen. Ich fühle mich da Gott sehr nahe, sehr verbunden. Und da scheinen sogar die Sonnebill durch. Und ich stelle mir immer vor, die Sonnenstrahlen, die gehen alle in meinen Körper rein. Das ist das göttliche Licht. Ja, es ist einfach wunder, wunderschön, was der liebe Gott da für uns alles zorgt, was er alles wachsen lässt. Wir haben sogar noch ein bisschen Schnee und die wunderschönen Bäume, was die da schon alles erlebt haben. Ja, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, Gottes Segen. Und im Anschluss zeige ich euch nur ein paar Naturaufnahmen. Nehmt es euch zurück und genießt es einfach. Danke, pfiert euch. Danke, pfiert euch. Danke, pfiert euch. Danke, pfiert euch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020